Was ist das für ne Scheiße, Leute. Vor ein paar Minuten, vor etwa einer 30-30 Stunde haben wir ein Update rausgebracht. Das ging dann das erste Konflikt gar nicht mehr, da die Zimmer ja typischerweise total überladen waren. So, jetzt habe ich das Update installiert. Allein gespielt, offline, geht. Einwandfrei, Bot ruckelt nicht, nichts passiert Schlimmes, ey. Aber, sobald ich jetzt auf meinem verwirrten Termos, wo jetzt gerade keiner drauf ist, Ok, hier liegt, er ist online, hat eine Latenz von 2,64, das ist normal, bei dem es auch steht. Ich habe da heute, gestern, wenn er heute auf Wartoffen kommt, haben wir vielleicht aufs Kits. Gestern habe ich vielleicht drauf gespielt. So, wenn ich jetzt mal reingehe, das läuft sich ein, ganz normal. Das ist eine interessante Stelle, da oben jetzt. Also, das bleibt da, alles akzeptieren. Da. Das ist das nächste Problem. Das ist alles. Und es liegt nicht an mir. Das ist ein entspannter Mal, das hat an mir liegt. Ich schaue noch mal ab, das ist jeder, oh. Kann mich auch nicht bewegen, wenn ich jetzt eine Kamera drehe. so so wir sind gelben Eier und schauen mal ob ich da draufkomme euer Problem Nein, ich bin nicht mehr so wie früher, oder nur am PS-Bler, ich hab das schon lange in der 6.000er, da sind noch Leute geblieben, wo der Meinung sind, ich spiele über das und das, ok. Aber ich bin jetzt auch nett, das ist aber. Wenn ich immer die Macht gerne spiele, sieht irgendwie lustig aus. Jetzt habe ich die auf dem Rechner. Ok, abwarten. Da müsste ich eigentlich gehen, weil das Interview online. Hm, erneuern. Ok, der Server antwortet gar nicht. Das ist der hier. Abbruch, weil da komme ich hier rein, da weiß ich schon was, ich habe hier raus drauf. Und hier komme ich gar nicht erst rein. Hm. Schauen wir mal ob ich da rein komme. Aber es ist gar nicht drin. Das ist ein Freund von mir gerade online. Hier kommt. Wenn ich gerade schon wieder aufnehme, das ist mein HDK Wightfire. Okay, ich bin schon mal drin. Okay, automatisch zuweiten. 20 Punkten, ja, gut. Ich bin aber nicht da unten.